Es war wirklich aufregend und unglaublich, die Reaktion der Menschen. Jede Veranstaltung wird größer und größer. Und die Art und Weise, wie die Menschen auf Sadguru und das ganze Thema reagieren, wisst ihr, unabhängig von ihrer Religion, ihrem Glauben, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrem kulturellen Hintergrund, es spielt keine Rolle, wohin er geht. Es ist einfach die Reaktion. Es ist so, so aufregend. Und dann, sobald er an die Orte kommt, wo die Menschen versammelt sind, schaltet er sofort um. Seine Energie ist hoch, er hält einfach die eindrucksvollsten Reden. Und zu sehen, wie er auf die Leute wirkt, ist einfach phänomenal. Oftmals hatte ich Tränen in den Augen, wenn ich mir die Menschenmenge ansah, wenn ich sah, was gerade passiert. Aber es sind Tränen der Freude, Tränen der Begeisterung. Es war eine wunderbare Erfahrung, diese Momente erleben zu können. Diese Ausdrücke und Mitteilungen und die Aufregung der Menschen, die ihn zum ersten Mal sehen, ihm begegnen. Es ist derselbe Ausdruck in all den verschiedenen Ländern. Die Menschen sind von dieser Bewegung wirklich begeistert. Und sie wollen etwas tun. Wir haben so viele Menschen auf der Straße gesehen, wo wir einfach so in einen Park gegangen sind. Und sie sind einfach stehen geblieben und haben gesagt, Oh mein Gott, Sadhguru, endlich, ich kann es nicht glauben. Und sie fangen fast an zu weinen. Einige von ihnen haben sogar angefangen zu weinen. Es ist so schön. Es ist so schön zu sehen, wie es sie berührt. Nur dieser Augenblick in ihrem Leben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017